Hallo zusammen bei WirSindKaufbeuren.de. Mein Name ist Wolfgang Krebs. Ich habe hier ein kleines Studio eingerichtet, in das ich Sie sehr gerne einlade. Denn wissen Sie, was mich in letzter Zeit wahnsinnig macht? Das ist die Tatsache, dass unglaublich viele neue Ideen, die im Moment gerade so in unserer Stadt kursieren, dass die sofort von irgendwelchen Bürgerinitiativen oder sonstigen Leserbriefschreibern niedergebügelt werden. Und deswegen möchte ich ein Forum für Visionen und für neue kreative Ideen einrichten. Und deswegen sind Sie genau hier richtig, denn Sie sollen hier auf meiner Couch Platz nehmen. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen eng bei mir, aber ich freue mich auf tausend neue Zuschriften mit interessanten Ideen, mit Ihren Vorschlägen, was in unserer Stadt besser gemacht werden muss. Motzen ist in diesem Forum verboten. Hier gibt es nur Visionen, Visionen, Visionen. Bitte schreiben Sie uns. Ich freue mich auf Sie und ich lade Sie zu mir in dieses kleine Studio ein. Bitte bewerben Sie sich unter wirsindkaufbeurin.de. Dankeschön. Ich finde diesen Aufruf eine großartige Idee und ich hätte auch schon einen Vorschlag für Kaufbeurin zu machen. Meine Vision ist, dass... Bewerben Sie sich jetzt!